Hier muss ich jetzt unbedingt halten, da gibt es nämlich eine meiner Lieblingsfrüchte. Wer kennt sie? Ich finde sie genial, habe ich zum ersten Mal im Bali kennenlernt, seitdem esse ich die total gern. Hier auch eine Frucht, die man nicht unbedingt im Bus mitnehmen darf und eine, die ganz ähnlich ausschaut. Und natürlich die Mangospan. Und nicht zu vergessen die Kokosnuss.